Auf dieser Seite zeige ich dir jetzt die Terminvereinbarung mit mir für ein Erstgespräch, wie einfach sie funktioniert. Du gehst auf www.beulendoktor-akademie.de, dann landest du auf der Webseite und gleich vorne kommt ein Button Erstgespräch vereinbaren. Da drückst du drauf, wählst einen Termin und ich habe hier Mittagszeit, über Mittagszeit, ich arbeite voll und kann aber in der Mittagszeit mir Zeit nehmen für die Erstgespräche, mache ich auch sehr, sehr gerne. Kannst du hier zwei Termine wählen und wenn du den 12.30 Uhr nimmst, dann wird das gespeichert und an mich per Mail gesendet und bleibt auch bei dich per Mail. Du musst nur dann für mich erreichbar sein, wenn ich dich um 12.30 Uhr dann anrufe und ich rufe an, weil ich sehe das. So, das ist die Terminvereinbarung für Erstgespräch. So einfach, einfach machen, das kostet dir gar nichts. Hier muss es euch bewusst sein, das kostet 0 Euro, ja. Wir treffen uns nochmal, du hast, falls du Fragen hast, dann kannst du sie stellen, ansonsten zeige ich dir nochmal hier, jetzt sage ich dir nochmal hier live, was ich dir jetzt davor gesagt habe, wie die Kademie aufgebaut ist und sage zu dir, starte jetzt und wir tauschen deine Telefonnummern aus, damit wir im WhatsApp kommunizieren können für die Zukunft.